Erster Teil Indische Gottesoffenbarung im Sinne der Shastras und der Strömung Krishna Chaitanyas Römisch 1 Das Entfaltungsspiel Gottes Gottes Wesen Da gemäß zahlreichen Aussagen der Shastras jede Erkenntnis der Welt und des Menschen und der anderen Lebewesen auf der klaren Erkenntnis des ewigen Urgrunds beruht, dessen Wesen selbst unumschränkte, reine Erkenntnis ist, beginne ich mit einer Darstellung des Wesens Gottes. Die Upanishad sagt, er ist der Einzige Seher. Isha Upanishad 16 Er ist das Ohr des Ohrs, der Geist des Geistes, die Sprache der Sprache, der Lebensatem des Lebensatems, das Auge des Auges. Dorthin dringt das Auge nicht hin, noch die Sprache, noch der Geist. Das, was durch die Sprache nicht ausgedrückt werden kann, aber wodurch die Sprache zum Ausdruck kommt, das, was der Geist nicht zu erkennen vermag, aber wodurch der Geist erkannt wird, das allein Wisse als das Brahman und nicht das, was sie hier anbeten. Fußnote 8 Kena 1.2-5 Gott ist einer, und doch ist er viele. Schon im Rieg-Veda wird diese Auffassung angedeutet. Mit vielen Namen benennen die Seher den Einen, der absolutes Sein ist. Fußnote 9 Rieg 1 146.46 Eine grundlegende Strophe im Bhagavatam lautet. Die Wisser der Wahrheit nennen die ewige Wahrheit, deren Wesen zweitlose reine Erkenntnis ist, Brahman, Paramatma, Bhagavan. So wird sie genannt. Srimad Bhagavatam 1.2.11 Fußnote 10 Unter zweitlos, Advaya, versteht man das absolute Sein, das zu seiner Existenz auf keinem anderen Sein beruht, sondern nur auf sich selbst gestützt ist. Es ist ein und dieselbe Gottheit, die mit diesen drei Namen bezeichnet wird. Es handelt sich nicht um eine Trinität oder drei Götter. Gott ist ewiglich in diesen drei Ausdrucksformen. Die Unterschiede liegen bloß in der Art der Manifestation. Das Brahman ist von Raum und Zeit unbegrenztes Sein. Sat. Ganz aus reiner Erkenntnis, Chit und Glück, Ananda bestehend. Ohne Ausdruck von Kraft. Schakti, ewiglich stilles Sein. Es, formlos, gestaltlos, inaktiv. Dieses weiselose, reines Sein ist ganz Erkenntnis, aber ohne Objekt und Subjekt der Erkenntnis. Fußnote 11, Definition von Brahma, in Klammer Brahman, nach Vishnupuranam 1.12.57 Weil es groß ist und groß macht, wissen sie es als das höchste Brahman, in Klammer von der Wurzel Pri, Pri, Prihati, Premayati, Vaiti, Brahma, Indikativ und Kausativ. Brahman ist ursprünglich das absolute Überhaupt, allmählich Begriffsverengung auf das gestaltlose Brahman. Die Definition des Vishnupuranam zitiert in Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 24.67, in Klammer Madh, Ausgabe. Der Paramatma, in Klammer Paramatma, ist lebendiges, von Raum und Zeit unbegrenztes Sein, Saat, ganz aus reiner Erkenntnis, Chit und Glück, aneinander bestehend. Gestalthaft, mit Ausdruck von Kraft, Welt zugewendet, aber nicht weltabhängig, oft Vishnu genannt. Bhagavan oder Bhagavan Svayam, der in sich selbst gründende Bhagavan, ist von Raum und Zeit unbegrenztes Sein, Saat, ganz aus reiner Erkenntnis, Chit und Glück, aneinander bestehend. Gestalthaft, mit Ausdruck der unendlichen Fülle seiner ihm eigenen Kraft, Chit-Shakti, doch ohne direkten Bezug zu den Welten von Zeit und Raum. Fusenode 12. In sekundärer Bedeutung kann das Wort Bhagavan auch einen Gottgeweihten oder Weisen bezeichnen, der auf Bhagavan zugeordnet ist, in dem ein kleiner Teil von Bhagavans Wesen gegenwärtig ist. Bhagavan wird in den Shastras oft das höchste Brahman, das Parabrahman, genannt. In Klammer, zum Beispiel Vishnu Purana 6.5.72 In der Bhagavad Gita, die sich selbst am Ende jedes der 18 Kapiteln als Bhagavad Gita Upanishad bezeichnet, wird im Schlusskapitel nochmals die ganze Unterweisung zusammengefasst und der Weg zur Erkenntnis der vorher genannten drei großen Seinsweisen des einen Gottes als gestaltloses Brahman, als Paramatma, als Bhagavan gewiesen. Fußnote 13 bis 15 Fußnote 13 Brahman Bhagavad Gita 18.49 bis 53 Fußnote 14 Paramatma Bhagavad Gita 18.56 bis 63 Fußnote 15 Bhagavan Bhagavad Gita Bhagavad Gita 18.64 bis 66 Die Erkenntnis des Brahman wird das Verborgene, das Geheimnis, in Klammer Guya genannt. Die Erkenntnis des Paramatma, das noch Verborgenere, das größere Geheimnis, in Klammer Guya Tara Die volle Erkenntnis, von Bhagavan, das Verborgenste, das größere Geheimnis, in Klammer Guya Tara Fußnote 16 Bhagavad Gita 18.63 Fußnote 17 Bhagavad Gita 18.64 Doch nicht nur die Erkenntnis des ewigen Seins ist tief verborgen. Auch die Sprache der heiligen Texte, die es verkünden, ist kryptisch. Der Veda spricht kryptisch. Bhagavatam 11.3.44 Der verborgene Gott, der über sich selbst sagt, ich allein bin der Wisser des Veda und der Urheber des Vedanta bin ich. In Klammer Bhagavad Gita 15.15 Er sagt auch, das kryptische Wort ist mir lieb. Fußnote 20 Bhagavatam 11.21.35 Das wirkliche Offenbarungswort, das eigentliche Wesen des Veda, freilich nicht das, was als Sanskrit-Text mit den Ohren gehört, mit den Augen gesehen, mit dem Verstand intellektuell erfasst werden kann, ist eine der ewigen Seinsweisen Gottes, das Wort Brahma, in Klammer Shabda Brahma. Der Schattenwurf dieses Wortes, so wie er in den Handschriften und gedruckten Ausgaben vorliegt, In Klammer und ebenfalls oft Shabda Brahma genannt wird, bietet dem menschlichen Verständnis eine Unmenge von Gegensätzen. Gott ist zum Beispiel der von Zeit und Raum unbegrenzte, Viphu. Er ist der Gestalthafte, Murtiman. Er ist unbefleckt durch Wirken, Nirlepa. Er ist voller Tätigkeit, Kriyamana. Er ist von allen zu verehren, Sarvaradaya. Er ist ein Kuhherte, in Klammer als Krishna. Er ist über allem Denken, Jintatita. Er ist mit dem Auge der Bhakti wahrnehmbar. Er ist allwissend, Sarvajya. Er ist von Liebe, Leidenschaft überwältigt. Er hat keinen Freund und keinen Feind. Die Bhaktas sind ihm lieb. Sie sind in ihm und er ist in ihnen. Er ist unbeweglich, Anejad. Er ist schneller als der Geist. Er hat keine Hände, keine Füße. Er hat tausende Hände und Füße. Er ist außerordentlich entfernt. Er ist außerordentlich nah. Er hat keine Namen und so weiter. Er hat tausende von Namen. Die andauernden Gegensätze und Wortspieler in den Shastras, oft in ein und derselben Strophe der Offenbarungstexte, sollen den Schüler dazu aneifern, mit Hilfe des Guru, der die Wegrichtung weist, in unablässigem Bemühen, vom bloßen Schatten des Wortes zu dem wirklichen Wort hinzufinden, in dem Wort und Idee und die Sache selbst, die durch das Wort ausgedrückt wird, eins sind. In dieser tiefsten Schicht des Wortes ist zum Beispiel der Name Gottes und Gott selbst völlig eins. Das Aufleuchten dieser Erkenntnis wird genannt Spota, das Aufbrechen des Sinnes des Wortes. Die vorher einzig wahrnehmbare Schattenhülle des Wortes zieht sich zurück und das ewige, göttliche Wort macht sich aus eigener Initiative in seinem wahren Wesen erkennbar. Es ist das Wort, das eine der Seinsweisen von Gott selbst ist, alles erfüllend und umhüllend. Der letzte Grund von allem alterlos wie er, das heißt ewig. Darin liegt der Sinn des Kirtan. Fußnote 28 Zu Kirtan vergleiche auch das Preislied auf die tausend Namen Vishnus im Mahabharatam. In Klammer Vishnu Sahasranam Stotram. Unter Vishnu wird hier die Gesamtheit aller Seinsweisen, des von Zeit und Raum unbegrenzten Gottes verstanden. Auch Shiva und andere Namen Shivas werden im Vishnu Sahasranam Stotram als Namen Vishnus aufgezählt. Darin liegt auch der Sinn des Kirtan, des Ruhmpreisens von Gott durch Singen und durch Denken der Gottes Namen, das als Kult des finsteren Zeitalters Kali-Yuga, dem Bhagavatam entsprechend, von Krishna Chaitanya gelehrt wurde. Bhagavatam 12.3.52 Von den wenigen von Chaitanya überlieferten Originalstrophen unterweist die lange erste Strophe des sogenannten Shikshastakam ausschließlich über die stufenweise immer tiefer greifende Wirkung des Kirtan, des Gottesnamens. Auch die zweite Strophe handelt von der Macht der Namen Gottes, in denen alle Gotteskraft, Shakti, enthalten ist. Doch schon in der Bhagavad-Gita heißt es, dass die Bhaktas, die Großherzigen, die in Gottes eigener Kraft ihren Grund gefunden haben und die immer da mit ihm verbunden sind, seinen Kirtan tun. Gita 9.13-14 Kirtayanti Im Innewerden des Einseins von Gottes Namen und Gott selbst liegt auch die Wirkung des rettenden Wortes des Mantra, der vom Guru in der Initiation in Klamadiksha dem würdigen Schüler verliehen wird. Fußnote 32 Ein Mantra ist der Name einer Seinsweise Bhagavans, der im Allgemeinen im Dativ oder Vokativ steht, sehr knapp ist und beinahe wie eine mathematische Formel anmutet. Diese Anrufungsformel wird Mantra genannt, weil sie, wenn sie Recht ausgesprochen und der Gegenstand tiefen Nachdenkens ist, den Geist, Mana, von der Unwissenheit der Gottabgewandtheit freimacht, in Klammer Man plus Tra, und wenn der Adept es begehrt, auch Bhakti schenkt. In der großen Unterweisung, die Chaitanya am Gangestrom in Benares dem Sanatana gab und aus der im Verlauf vieler Jahre dessen Werk Priyat Bhagavatam Ritam und Hari Bhakti Vilas hervorwuchsen, sagt Chaitanya zu seinem Jünger, Aus Gnade zum Jiva hat Krishna die Veden und Puranas offenbart. Er selbst gibt Kenntnis von sich selbst durch die Shastras, den Guru und dem Paramatma. In Klammer Sri Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 20.107-108 und 122-123. Fusnode 34 Hari Bhakti Vilas ist ein sehr eingehendes Lehrbuch, wie der Lebenswandel eines wahren Gottgeweihten, eines Bhaktas, zu führen ist, vom Zähneputzen bis zum Bau eines Tempels. Ein Wort, das in den Shastras immer wieder auftaucht und alle vorhin genannten Seinsweisen Gottes als das gestaltlose Brahman und als der Paramatma und als Bhagavan Svayam zum Inhalt haben kann, in Klammer, und überdies noch die Bedeutung. Der individuelle Atma, ja auch die Bedeutung Mensch, Mann, ist das Sanskrit-Wort Purusha. Dieses Wort bedeutet Person, die ewige, göttliche Person. Die alte klassische Definition des Ausdrucks Purusha findet sich in der Priyat Aranyaka Upanishad. In der folgenden Übersetzung wird kein Versuch gemacht, zu kletten, um die Ursprünglichkeit und Präzision der Sanskrit-Fassung einigermaßen zu bewahren. Dieser Purusha wohnt in allen Städten. Nicht durch irgendetwas ist er unverhüllt und nicht ist durch ihn irgendetwas nicht bedeckt. Priyat Aranyaka Upanishad 2.5.18 Die Stadt, in welcher der Purusha liegt, ist der Leib. Der Leib aller Menschen und aller anderen Lebewesen. Die Wohnung des Purusha sind alle Wesen, alle Welten des Universums. Schon im Purusha-Schuktam des Rigveda wird diese Purusha gepriesen. Der Purusha hat tausend Augen, hat tausend Häupter, tausend Füße. Das Weltall umringt er auf allen Seiten, zehn Finger noch über ihm sich befindend. In Klammer, er durchwaltet alles und ist doch über allem. Rigveda 10.90.1 Das Wort tausend bedeutet in der Sprache der indischen heiligen Texte oft unzählig viele. Also hier, unzählig viele Augen, unzählig viele Häupter und so weiter. In anderen Shastras wird dieser Purusha, der alles Tragende und alles Erfüllende und Umhüllende, ewige Weltengrund als Paramatma bezeichnet. Das elfte Kapitel der Bhagavad-Gita ist ganz durchdrungen von der furchtbaren Erhabenheit und Majestät dieses Purusha. In manchen Texten wird er als Mahavishnu bezeichnet. Die Upanishaden nennen ihn wiederholt Allseits Auge Allseits Anlitz in Klammer Sarvato Mukham Doch schon der Rigveda weiß zu berichten, dass die Allmacht des Purusha als einziger Herr und Urgrund des Universums noch keineswegs die tiefste Offenbarung der ewigen göttlichen Person ist. In der dritten Strophe des Purusha-Schuktam wird gesungen. So groß auch diese Allmacht scheinen mag, der wahre Purusha ist größer noch. Ein Viertel nur von ihm ist der Grund alles Weltseins. Drei Viertel sind das Ewige im Reich des Leuchtens. Rigveda 10.90.3 In der Bhagavad-Gita 15.4 lehrt Krishna, in welcher Weise ein Sterbender bei dem ewigen Purusha Zuflucht nehmen solle, von dem diese uralte, immerwährende Weltenenergie ausgeströmt ist. In einer Upanishad jubelt der Seher, dass er den Purusha kenne. Hier aber ist nicht von dem Welt zugewandten Gott die Rede, sondern von dem Purusha, wie er jenseits aller Finsternis der Welt leuchtet. Ich kenne jenen Purusha, den Großen, jenseits der Dunkelheit, wie Sonnen leuchtend. Nur wer ihn kennt, entrinnt dem Reich des Todes. Nicht gibt es einen anderen Weg zum Gehen. Svetasvatara Upanishad 3.8 Fußnote 38 Übersetzung von P. Deussen Derselbe Upanishadische Seher erklärt auch, ganz zu Ende der Unterweisung, wie der Purusha in seinem vollen Wesen erkannt werden kann. Nur durch höchste Bhakti, durch dienende, erkennende Liebe. Das höchste Geheimnis des Vedanta, das in einer früheren Weltschöpfung ausgesprochen wurde, ist keinem mitzuteilen, der nicht in Gott gegründeten Frieden erlangt hat, keinem, der kein würdiger Sohn und kein würdiger Schüler ist. Denn die Reichtümer, in Klammer der ewigen göttlichen Wirklichkeit, leuchtet nur auf in einem Großherzigen, in Klammer Mahatma, der höchste Bhakti zu Gott hat und wie zu Gott auch zum Guru. Nur in einem solchen Großherzigen leuchtet sie auf. Svetasvatara Upanishad In der Bhagavad Gita 18.54-55 stellt Krishna sogar die Erlangung des gestaltlosen Brahman, das völlige Freiwerden von Unruhe, Kram und Begehren, nur als vorletzten Schritt auf dem Pfade zur Bhakti hin, als eine Voraussetzung, um höchste Bhakti zu erlangen. Doch es gibt auch einen unmittelbaren Bhakti-Weg zu Bhagavan Svayam. Im Sinne der Tradition der Krishna-Bhakti hängt die Art und die Tiefe der Gotteserkenntnis, in Klammer, als das Brahman oder als Paramatma oder als Bhagavan, als das gestaltlose Absolute oder als der ewige gestalthafte Gott, als der tausendarmige oder vierarmige oder zweiarmige, als Bhagavan in seiner Gottesmajestät oder in seiner unsäglichen Lieblichkeit und Ausgelassenheit einzig ab vom Grat und der Spielart der Bhakti zu dem einen. Krishnadas Kaviraj aus der Chaitanya-Schule, der Autor des Chaitanya-Charit-Amrita, kennzeichnet im Sinne dieser alten Tradition entsprechend Vishnu Purana 6.5.72 Das Wesen von Bhagavan Svayam des von nichts anderem abhängigen, nur in sich selbst gegründeten, allmächtigen Gottes in seiner ganzen Fülle mit folgender Strophe. Das einzige Brahman der Upanishad ist wahrlich seines Leibes Glanz. Der Purusha als Paramatma, als innerer Lenker ist seines Teilaspektes Herrlichkeit. Er ist Bhagavan Svayam in seiner Fülle mit den sechs Gottesmächten ausgestattet. Sri Chaitanya-Charit-Amrita Adilila 1.3 2.3